20 bessere Suchergebnisse zur eigenen Webseite. Das ist das Thema des heutigen Morgens und das ist auch sehr spannend, dass sich doch Leute, die hergefunden haben, um sich dem Speziellthema zu widmen. Linkaufbau wird oft benachlässigt. Die Agenda für heute ist, Linkaufbau, sowas mache ich nicht. Was ist überhaupt SEO-Offpage? Rankings und Backlink-Profile, aus der Praxis SEO-Offpage-Tools und Fragen. Noch einmal etwas zum Unternehmen, Abacus Internet Marketing GmbH. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Suchmaschinenoptimierung. Wir machen nichts anderes, optimieren Seiten in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Themen, verschiedene Branchen. Also sehr spezialisiert und auch deutschlandweit recht bekannt, auch in Österreich und in der Schweiz. Dann gibt es da noch das SEO-Diver-Tool-Center, was wir anbieten. Das ist kostenlos, kann ich euch empfehlen. Und es gibt das größte SEO-Forum im deutschsprachigen Raum, was Abacus betreibt, mit dem Abacus-Forum. Da kann man, wenn etwas hier nicht beantwortet wurde oder wenn ihr allgemein Fragen zu Suchmaschinenoptimierung habt, Sie können gerne auch im SEO-Forum gestellt werden. Dann findet sich immer jemand, der mitredet und antwortet. Ja, dann sind wir noch Anbieter der SEM-SEO-Konferenz. Die fand früher statt, kennen sicher viele, und der SEO-Road schon. Mein Name ist Anna Pianka und ich bin auf SEO-Offpage spezialisiert. Also alles rund um Backlinks zur eigenen Website. Und darüber werde ich heute erzählen. Linkaufbau, so etwas mache ich nicht. Das habe ich erst gestern wieder gehört. Linkaufbau ist ein Wort, was sich ziemlich negativ beharrtet. Zum Teil bei Leuten in verschiedenen Events wurde da schlecht geredet. Ja, Linkaufbau wird nämlich mit Spam gleichgestellt. Und Spam darf man natürlich nicht machen. Und das ist auch nicht der Linkaufbau, der heute gemacht wird oder den ich hier empfehle. Also, was man nicht machen darf, ist zum Beispiel Links veröffentlichen. Einfach nur, damit sie da sind. Links, die nichts nützen. Links, die keine Begründung haben. Einfach nur, damit links gesammelt werden. Es gibt zum Beispiel auf Ebay die Möglichkeit, Link-Pakete zu kaufen. Und manche bestellen auch Links in anderen Ländern, zum Beispiel, um anderen zu schaden. So etwas gibt es auch, um der Konkurrenz zu schaden. Also, zumindest wird darüber gemunkelt. Es gibt Links, die in Texten eingebunden sind, die geklaute Inhalte haben. Texte ohne Aussage und Verlinkungen, die sich auf Websites befinden, die nichts mit dem Thema zu tun haben und gar nicht zu der Zielseite passen. Also, solche Sachen darf man natürlich nicht machen. Und Linkaufbau funktioniert auch heutzutage ganz anders. Das erzähle ich euch. Was ist hier Off-Page? Ja. Die Die Off-Page-Optimierung ist das, dass man eine Relevanz erzeugt für die Suchbegriffe in Kombination mit den Inhalten, die von außen bestätigt werden. Das bedeutet, also, es steht etwas, es steht etwas auf einer Website und natürlich möchte man dafür gefunden werden. Deswegen seid ihr auch hier, ihr wollt, dass eure Inhalte im Internet besser ranken, beziehungsweise die Inhalte eurer Kunden. Und das passiert, wenn die Inhalte relevant sind. Und diese Relevanz, die setzt sich zusammen aus verschiedenen Kriterien. Einmal sollte der Beitrag informativ sein oder genau die Antworten geben, wonach der User sucht. Und die Bestätigung von außen ist wichtig. Das bedeutet, dass andere darauf verlinken und darüber sprechen. Das ist ein Vorteil für die, die diesen Inhalt veröffentlichen. Denn wenn Seiten, die stark sind, auf die eigene Website verlinken, zu dem Thema, für das man ranken möchte, hat man eine sehr hohe Chance, selbst für das Thema besser gefunden zu werden. Suchmaschinenoptimierung. Ja, bevor es zu sehr Off-Page geht, ist natürlich wichtig zu erfahren, was ist überhaupt Suchmaschinenoptimierung. Viele, die so tief sind in der Website-Erstellung und sich mit Extensions und sonst etwas beschäftigen, sind vielleicht nicht so tief drin in der Suchmaschinenoptimierung und haben das, also für die ist das Thema vielleicht nicht so wichtig. Daher hier die Erinnerung, SEO ist wichtig, denn wenn Suchmaschinenoptimierung getätigt wird, kann Google und andere Suchmaschinen die Website besser verstehen. Durch die Suchmaschinenoptimierung bekommt man bessere Rankings im Internet und die Suchergebnisse lassen sich positiv beeinflussen, indem man fleißig die Website so macht, dass sie leichter verständlich ist. Dazu ist es für mich, eine gute Website-Struktur zu haben und jeder Unterseite ungefähr ein Keyword zu geben, für die diese Seite optimiert wird. Wenn es zum Beispiel fünf Seiten gibt, die alle für das gleiche ranken sollen, zum Beispiel fünf Seiten zu Immobilienmakler in Hannover und es gibt fünf Unterseiten dazu, dann weiß Google nicht richtig, welche Seite soll ich denn jetzt ranken lassen, welche ist relevant. Dann kann es sein, dass sie sich gegenseitig im Ranking zurückhalten und keine von diesen fünf Unterseiten rankt, obwohl sich der Webmaster vielleicht gedacht hat, ja, eben mehr ist besser. Ich veröffentliche jetzt mehr Inhalte auf meiner Seite dazu, damit ich möglichst mehrere Plätze in den Suchergebnissen einnehme. Nein, oft ist es so, dass Google sich für eine Seite entscheidet, aber wenn mehrere zur Verfügung stehen, dann merkt mal die eine und mal die andere und keine so richtig hoch und das ist schade. Manchmal ist es dann besser, wenn eine Unterseite zu dem gleichen Thema gelöscht wird, beziehungsweise per 301-Walterleitung weitergeleitet wird und dann rankt nur eine Seite und die rankt dann besser. Also es ist wichtig, die On-Page-Optimierung zu machen, damit alles ordentlich auf der Website vorhanden ist und dann kommt die Off-Page-Optimierung, die die On-Page-Optimierung unterstützt. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr sie gerne zwischendurch stellen. Lukas, Ines, Doris, Wiener und so weiter. Also dann könnt ihr euch nach vorne stellen und gerne eure Fragen stellen. Okay. Suchergebnisse bei Google werden nach Relevanz sortiert. Also das sieht man hier nochmal. Und wir möchten natürlich diese Relevanz für unsere Kunden herbeiführen. Und das machen wir, indem wir die Inhalte der Seite optimieren. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Also meine Maus, die ist hier ziemlich lustig. Sie rollt das mal weg. Das war gestern noch nicht so. On-Page als Vorbereitung für Off-Page. Hier habt ihr nochmal eine Listung, was ihr On-Page alles machen könnt, um die Seite gut vorzubereiten, damit sie gut ranken kann. Macht euch am besten einen Screenshot davon. Achtet auf die Website-Struktur, dass sie logisch ist. Und wichtige Inhalte sollten mit wenigen Klicks erreichbar sein. Dann geht es um die Keyword-Zuordnung. Welche Unterseite soll für welches Keyword ranken? Welches ist das Haupt-Keyword für diese Unterseite? Habt ihr das schon bei euren Seiten gemacht? Oder bei den Seiten, an denen ihr gerade arbeitet? Wenn nicht, dann empfehle ich euch, damit jetzt anzufangen. Dann ist es wichtig, den Titel so zu schreiben, dass er das Thema gut wiedergibt, was sich auf der Seite befindet. Und in der Suchmaschinenoptimierung ist natürlich die H1 und die H2 wichtig, weil Google schaut, was steht in den Überschriften. In den Überschriften steht in der Regel etwas, was noch wichtiger ist als im Fließtext. Metadescription, sie ist nicht ein aktiver Ranking-Faktor, aber ein passiver. Was in der Metadescription steht, das taucht auch in den Suchergebnissen auf und lenkt dann zu einem Klick zur Seite. Der Content ist das Allerwichtigste. So wie der Text geschrieben wird, welche Wörter verwendet werden und wie Texte auch verlinkt sind auf der eigenen Website, also intern verlinkt. Das hat alles eine Auswirkung auf Rankings im Internet. Ein Tipp noch, benutzt verschiedene Content-Arten. Das weckt das Interesse und die Personenverwahlenlänge auf eurer Website. Eine Content-Art ist zum Beispiel ein Video. Heading-Tag, ja. H1, H2, denkt an die Überschriften. Das kennt ihr ja. Interne Verlinkungen. Also die Caller bei Google, die Caller von Google und anderen Suchmaschinen bewegen sich durch Links und untersuchen und kommen so von Seite zu Seite. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Wasser von oben irgendwo runterkippt. Nein. Also es ist halt so, sie bewegen sich halt nur durch die Verlinkungen weiter und ihr schafft, dass die Wege geöffnet werden, indem ihr die interne Verlinkung stärkt, sodass die Caller sich besser auf eurer Seite bewegen können. Und wenn da zum Beispiel etwas zu einer Joomla-Extension besteht, die ihr veröffentlicht habt, macht es natürlich Sinn, wenn diese Joomla-Extension dann von einer anderen Seite bei euch intern verlinkt wird, wo gerade darüber gesprochen wird. Wenn ihr wichtige Seiten habt, dann solltet ihr darauf achten, sie mindestens achtmal oder öfter zu verlinken. Das geht bei kleinen Seiten natürlich nicht so gut. Da brauchen wir das auch nicht zu machen. Aber bei größeren und die wichtigsten Inhalte sollten von der Startseite aus erreichbar sein. Bitte verlinkt nicht alles Mögliche auf der Website, einfach nur, damit die Links da sind. Das bringt niemanden was. Ist ein Artikel erstellt, kommt die Meta-Description zum Schluss. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie das am Ende aussieht, könnt ihr gerne den Snippet Generator von Abacus Internet Marketing nutzen, um euch eine Vorschau zu beschaffen, wie schreibt ihr den Titel, wie die Meta-Description, wie wird das ausgegeben in den Suchergebnissen. Wenn ihr Content-Arten erstellt, also auf der Website, die ihr optimiert, dann fördert das die Rankings zu eurer Website. Am besten, am wichtigsten sind natürlich Texte, Bilder lockern das Ganze auf, Formulare sind auch eine Content-Art. Und Zitate, interne und externe Links, Sprungmarken. Also wenn ihr damit spielt und mehr davon nutzt, ist das förderlich für eine bessere Auffindbarkeit bei Google und Co. ein möglicher Linkaufbau, ja, also wenn die Webseite im On-Page gut optimiert ist, dann geht es mit dem Linkaufbau weiter. Ja, wie sieht so ein Linkaufbau aus? Erst, also die Website ist fertig optimiert, dann recherchiert man nach einer anderen Website, von der man einen Link bekommen könnte, kommuniziert mit dieser Website, erstellt eventuell Content und überlegt sich eine Verlinkungsmöglichkeit. Und wenn das fertiggestellt ist, bekommt man zu der eigenen Website neue Off-Page SEO-Signale. Das sieht jetzt hier erstmal einfach aus, aber es ist tatsächlich nicht so leicht, denn es geht ja um Qualität. Es muss richtig gut passen, es muss Sinn ergeben. So muss man sich damit intensiv beschäftigen. Es ist auch so ein bisschen Netzwerken und es ist wichtig, gute Kontakte zu knüpfen und ehrliche Kontakte. Es geht nie darum, einen Link zu bekommen. Das ist das Besondere bei Linkaufbau. Es geht nicht um den Link, sondern um das große Ganze. Aber am Ende geht es doch irgendwie mit um den Link. Man darf ihn nicht vergessen. Also es ist so ein kleiner Widerspruch. Rankings und Backlink-Profile. Dazu habe ich euch das SEO-Tools-Histrix mal ausgewählt. Hier als Beispiel das Keyword Joomla-Templates. Also dort wird zum Beispiel das Suchvolumen angezeigt bei Systrix und die geschätzte Anzahl der Klicks im Monat und einige andere weitere Informationen. Also wenn man für ein Keyword besser gefunden werden möchte, dann schaut man sich natürlich erst an, wie oft wird das gesucht? Gibt es da einen Markt für? Interessieren sich Personen für dieses Keyword? Gibt es da einen Wettbewerb? Bezahlen Leute Geld für Anzeigen zu so einem Keyword? Und wenn das der Fall ist, dann ist es ein Keyword, worauf es sich eventuell zur Optimierung lohnt, wenn ihr zum Beispiel Joomla-Templates verkauft. Ja, das Suchvolumen ist hier nochmal deutlicher dargestellt. Hier gibt es einen stärkeren Wettbewerb, der sich abzeichnet. Man sieht auch, dass die meisten Personen auf dem Desktop nach diesem Thema suchen und mobile sehr gering. Ja, macht ja auch Sinn. Man arbeitet am Computer und das ist eher so ein Thema, was man nicht am Handy abarbeitet. Anzahl der Suchen, genau, das ist hier. Und hier das Grüne, das zeigt den Trend an. Also wie, wann wird das eher öfter gesucht? Also hier sieht man eher im Winter und dann nochmal im Herbst. Im Sommer wird das weniger gesucht. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass im Sommer eher weniger Aufträge reinkommen und man sich dafür nicht so interessiert. Systrix kann auch dafür unterstützen. Also hier gibt es Fragen, die mit diesem Wort zusammenhängen. Und wenn jemand von euch zum Beispiel Joomla-Templates anbietet und besser dafür gefunden werden möchte, dann kann man sich zum Beispiel von hier inspirieren lassen und solche Fragen mit aufnehmen, sich zu überlegen, wofür möchte ich denn gerne einen Artikel erstellen. Habe ich denn schon einen Artikel dazu, wo ich erkläre, was das CMS Joomla ist oder was Templates, was CMS Templates allgemein sind. Ja, so kann man sich inspirieren lassen. Hier gibt es auch noch weitere Fragen. Und dann gibt es auch noch ähnliche Suchvorschläge. Das Suchvolumen, also das sind dann Keywords, die mit dem angefragten Keyword zusammenhängen, aber nicht genauso gleich sind. Hier werden also damit zusammenhängende Keywords angezeigt. Davon gibt es noch viel mehr. Und hier ist das entsprechende Suchvolumen dazu. Denn wenn man Inhalte optimiert auf der Website, dann lohnt es sich natürlich für Wörter zu optimieren, die ein höheres Suchvolumen haben und die trotzdem mit dem matchen, was man anbieten möchte und sagen möchte. Ich habe mir jetzt die ersten 15 Suchergebnisse anzeigen lassen bei Systrix zum Word Joomla Templates und um zu gucken, wer wird denn dafür gefunden, wie ist das Ranking. Hier sieht man, das ist 15, also in 15 Suchergebnissen. Hier sind ein paar für mich Bekannte dabei. Ihr kennt sicher noch einiges mehr. Klar, dass Joomla.de dafür hängt, weil das ja die offizielle Seite ist. Hier sieht man auf Platz 5 IONOS und IONOS ist auch hier Sponsor der Veranstaltung. Daher ist das strategisch sehr gut, dass sie Sponsor sind, weil sie sich entscheidend in diesem Thema einsetzen. Also hier sieht man auch, dass die ersten Suchergebnisse die meisten Klicks bekommen und je weiter es geht, desto weniger Klicks gibt es. Hier sieht man zum Beispiel HubSpot. HubSpot hatte letztens einen Vortrag gehalten, so vor einem Monat auf der SEO Campings. Die haben eine ganz ausgefeilte Content-Strategie, wie sie Inhalte erstellen und fahren sehr gut damit. Da war ich gerade in einem anderen Vortrag, habe es leider verpasst. Aber bei denen weiß ich, dass sie sich auch strategisch speziell überlegen, wie und worüber sie schreiben und wie genau sie das tun, damit sie halt auch bessere Rankings in dem Bereich erhalten. Bei den ganzen anderen, das ist dann auch mit Sicherheit berechtigt. Und den Oliver Pfeil, den habe ich auch in verschiedenen Zusammenhängen schon überhängt gesehen in Bezug auf Tumla. Hier sieht man auch noch Redem auf Platz 15. Der ist ja auch, also das Unternehmen ist auch Sponsor der Veranstaltung und man sieht auch, es ist vernünftig, Sponsor zu sein, wenn man sowieso für diesen Bereich überhinken möchte. Backlink-Analyse. Also, wenn ihr sie auch bei euch für eure eigene Website machen möchtet oder für die Website eurer Kunden, ist es wichtig, sich auch die bestehenden Backlinks anzuschauen. Welche Backlinks gibt es? Wie wird ihr über das Unternehmen geschrieben? Sind Backlinks verloren gegangen oder kaputt? Wenn man das festgestellt hat, dass ein Backlink weg ist, der für jemanden wichtig war, zum Beispiel, ihr wurdet von Joomla.de verlinkt und der Link ist weg, dann lohnt es sich, da einmal nachzufragen, was denn passiert ist und vielleicht uns zu bitten, dass ihr vielleicht wieder verlinkt werdet. Welche Links wurden bis jetzt versäumt? Ja, was machen die anderen, was ihr nicht macht? Welche Links haben ähnliche Unternehmen? Also, hier ist es auch gut zu gucken, was machen andere, was ihr noch nicht gemacht habt im Backlink-Profil und die besten Sachen kann man sich dann abschauen. Das findet man heraus, wenn man Tools nutzt, um eine Backlink-Analyse zu tätigen. Dazu eignet sich zum Beispiel Ahare ist aus dem asiatischen Raum und wird sehr gerne genutzt für diesen Bereich, rund um Backlinks herum. Ich habe mir hier die relativ neue Website genommen, also Joomla.de Dach online und hier sieht man, ja, die Seite gibt es halt erst seit kurzem, da gab es bisher gar keinen Backlink, das ist halt erst ganz spät gekommen, natürlich, weil die Seite ja ganz neu ist. Aber sie hat sehr schnell an Relevanz gewonnen und hat dementsprechend auch hier schon recht zügig ein Ranking, ein Ranking, ein positives Rating bekommen. Im Link-Building achtet man darauf, wenn man eine Backlink-Analyse macht, was für verweisende Domains es gibt, mit welchen Keywords eine Seite verlinkt wurde und wofür sie überhängt. Hier steht, wie viele Backlinks es gibt, aber das ist nicht so relevant, weil wichtig die Zahl ist, von wie vielen Domains diese Backlinks kommen, wenn zum Beispiel von einer Domain von allen Unterseiten auf etwas verlinkt wird, dann hat man vielleicht 300 Backlinks, aber am Ende zählt das Google so wie ein Link, weil es alles von einer Domain kommt. Und dann zählt das nicht so. Ich habe mir in dem Sammlung angeschaut, welchen Backlink hat denn der Joomla Day Dach bekommen. Da habe ich den von Mitwald, da habe ich bei Mitwald geguckt, das ist auch ein Sponsor der Veranstaltung. Da wurden die besten Online-Events für das Digitale im Jahr 2021 verwendet. Da gibt es eine Liste und hier ist auch der Joomla Day Dach zu finden. Wenn ich jetzt eine digitale Veranstaltung machen würde, die etwas größer ist, was wäre dann das Richtige zu tun? Also ich habe jetzt quasi etwas bei einer Seite gefunden, die so etwas Ähnliches macht wie ich. Also wenn Joomla Day diese Veranstaltung hat und ich habe als Unternehmen auch eine Veranstaltung, macht das natürlich Sinn, bei Mitwald anzufragen, ob meine Veranstaltung nicht eventuell auch hier aufgenommen werden könnte in dieser Liste. Und so kommt der neue Backlink zustande. Ja, wir sind jetzt wieder bei Aharefs und wir haben vorhin gesehen, hier, es gibt nur 14 organische Keywords, darauf wird halt auch geachtet, wofür rankt eine Seite im SEO-Off-Bitch-Bereich wird darauf geachtet und was lohnt es sich zu unterstützen. Da hat diese Seite sein neues, nur als Beispiel hier, experimentarisch. Organische Keywords gibt es hier fast keine, in Deutschland 4, in Indonesien 3 und United States 2 und in Österreich auch 1. Natürlich, also wenn es die Seite länger geben würde, würden da noch viele weitere hinzukommen und zwar ganz von alleine, weil Google erkennen kann, dass diese Seite einen besonderen Wert hat für die Junior-Communities. Hier sieht man auch, dass sich Personen im asiatischen Raum damit beschäftigen. auch interessant. Aus der Praxis. Ja, ich gebe euch jetzt hier einige Beispiele und ihr seid eingeladen, mitzudenken, mitzumachen. Ein zeitgemäßer Linkaufbau ist zum Beispiel, also ist, wenn die Links aus einem triftigen Grund entstehen, das als Beispiel, weil wir halt jetzt gerade auf dem Joomla-Day sind, habe ich den Joomla-Day genommen. Hier sind die Sponsoren aufgeführt und dadurch sind Verlinkungen entstanden, die nicht des Links wegen entstanden sind, sondern alles die Info ist, diese Firma ist ein das Sponsor und diese Firma, Mitwalde ist ein Sponsor, Akeba ist ein Sponsor, IONOS und so weiter. Das ist also eine Möglichkeit, jetzt, also darauf zu, also so kann man auch Links erhalten. So, dann habe ich mir hier mit SEOquake angeschaut, sind denn das für Links, die von dieser URL ausgehen und das ist auch spannend zu sehen. Also hier sieht man, sie sind alle auf DoFollow, ihr könnt euch gerne SEOquake installieren, das ist eine kostenlose Erweiterung, zum Beispiel auf Chrome, also auf Chrome wird es genutzt und auch in Firefox. Also hier sieht man, Mitwald hat zum Beispiel eine URL mit einer Tracking-ID genommen, die verlinkt wird, also die zur Verfügung gestellt. Das, daraus kann ich schon sehen, dass es für Mitwald spannend ist zu sehen, wie viele Leute klicken denn auf diesen Link in der Sponsoren, auf der Sponsoren-Seite. Und Akeba zum Beispiel, da wurde die HTTP-Seite verlinkt. Hier wäre es zum Beispiel besser gewesen, wenn die HTTPS-Seite verlinkt wäre, weil es die Seite schon mit HTTPS gibt. Man weiß jetzt nicht, wie lange die Joomla-Day-Dach-Seite online sein wird, also ich weiß es zum Beispiel nicht. Und wenn man zum Beispiel auf irgendeiner anderen Seite einen Link bekommt, dann lohnt es sich mir schon, die neuere Seite zu verlinken mit HTTPS und nicht mit HTTP, weil die HTTP-Seite, die wird per 301 weitergeleitet auf die HTTPS-Seite, ist ja in der Regel so, und durch eine Weiterleitung geht halt noch ein bisschen Link-Juze verloren. Und Link-Juze ist halt die Kraft von der linkgebenden Seite, davon hat Joomla noch sehr wenig, weil also diese Joomla-Day-Dach-Seite, weil sie ja ganz neu ist, von daher ist es in dem Fall egal, ob die HTTP- oder HTTPS-Seite verlinkt wurde. Aber generell, ich habe das als Beispiel hier mit reingenommen, weil ihr darauf achten solltet, die HTTPS zu verlinken. Hier wird zum Beispiel bei Jonas eine Unterseite genommen und direkt, also direkt etwas auf etwas Spezielles hingeleitet, das ist strategisch ganz gut gemacht. Und klassisch, so wie es standardmäßig ist, wenn man Sponsor ist, wird eine Startseite verlinkt. Und das ist hier auch passiert. hier gibt es noch zwei Extensions, die verlinkt wurden und das ist dann halt auch gut für die URLs zu den Extensions, dass sie halt auch noch einen Link gekriegt haben. Es ist auch legitim, es sind kostenlose Extensions, die zu diesem Thema passen, worüber da auf der Seite geschrieben wird. und ein anderer Sponsor, der hat eine Website mit kostenpflichtigen Angeboten, mit kostenpflichtigen Extensions, dass, wenn ich jetzt der Sponsor wäre, hätte ich, wäre ich jetzt auch Unterstützer des Joomla-Lays geworden, weil es halt thematisch richtig gut passt. Und dann gibt es hier noch einen ausgesehenen Link zu PayPal, da man auch spenden kann, um solche Veranstaltungen wie diese zu unterstützen. Und Joomla-Org wurde, das ist so ein Link zu einer Quelle, also man kann sich auch auf anderen Websites als Quelle verlinken lassen, macht absolut Sinn. Und wir erfahren durch diese Abfrage mit den externen Links, die wir gemacht haben, welche externen Links gibt es, auch, das ist zwei Social Media Accounts gibt, einmal auf Facebook und einmal auf Twitter. Also wenn man Tools nutzt, kann man schon so einiges erfahren. Ja, jetzt die Frage an euch. Also stellt euch vor, ihr seid Sponsor und steht nicht auf so einer Liste. Also stellt euch vor, ihr seid Sponsor auf einer Veranstaltung, wie im Joomla-Day, zum Beispiel auf einer ganz anderen Veranstaltung, sagen wir mal an einem Marketing-Day und ihr steht nicht auf der Liste. Was würdet ihr tun? Na, weiß jemand die Antwort? Natürlich nachfragen. Ja, ja. beziehungsweise mitteilen. Ich muss noch mal husten. Ja. 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 Anna, wir hören dich nicht mehr. Ich musste wusten. Ah, okay. Aber es geht wieder. Ah, sehr gut. Also, wenn ihr feststellt, ihr habt irgendwo mitgehört, und ihr wurdet nicht verlinkt, obwohl die anderen verlinkt sind, dann fragt nach. Und es ist wichtig, dass ihr das per Mail macht und den Link direkt mitschickt und eventuell auch euer Logo schickt. Also, geht nicht davon aus, ja, ich hatte das alles schon einmal geschickt, und ich erinnere einfach mal daran. Ohne weitere Infos. Nein, es ist wichtig, noch mal alle Infos mitzuschicken. Das ist ein sehr wichtiger Tipp. So, jetzt kommt das zweite Beispiel. Frage an die Zuschauer. So, hier ist ein Twitter-Account. Ihr seht, es wird ein Hintergrundbild verwendet, ein Foto. Der Name steht da. Hier steht auch mein Unternehmen als Markierung. Und die Stadt. Was fehlt? Wer weiß, was fehlt? Was fehlt? Sabine, was fehlt hier? Ja, ihr könnt es euch denken. Natürlich fehlt der Link zur Website. Und das ist dann ganz einfach. Also, nutzt die Möglichkeiten, wo ihr Verlinkungen machen könnt, um diese Links auch wirklich zu setzen. Das habe ich jetzt nachgetragen. Und jetzt ist der Link auch da. Also, nutzt Verlinkungen zu eurer Website auf Social-Media-Profilen beziehungsweise, wenn eure Kunden Social-Media-Kanäle betreuen oder andere Websites oder auch andere Websites gelistet sind, denkt daran, auch Verlinkungen einzufügen. Dann, also, ihr könnt zum Beispiel auch bei Proven Expert ein Profil erstellen und dort bekommt ihr auch ein Link zu eurer Website und eine Beschreibung. Jetzt kommt noch ein drittes Beispiel. Denkt daran, also, es ist gut, Fahrartikel zu erstellen, Gastartikel. Fahrartikel können sehr wörterlich für das Ranking sein, weil es daraus Links zu eurer Website gibt und ihr auch zeigen könnt, dass ihr euch in eurem Bereich auskennt beziehungsweise, dass sich eure Kunden auskennt. was man nicht machen darf, ist zum Beispiel Überschriften reißerisch zu gestalten, so die beste Firma in Deutschland oder so, das darf man auf keinen Fall machen oder ja, also kein Clickbaiting in Überschriften betreiben und sich wirklich Zeit nehmen, um gute Beiträge zu schreiben. Hier ist ein Beispiel von von meinem Chef und zwar hat er einen Artikel veröffentlicht bei IHK Hannover beziehungsweise es wurde ein Artikel veröffentlicht und es wurde hier nicht genannt, wer der Autor dieses Artikels ist und es gibt auch keinen Link zur Website. Also, wenn man Feintuning betreiben möchte im Sinne vom Linkaufbau, sodass man verlinkt wird, um bessere Rankings zu bekommen für die eigene Website, kann es natürlich Sinn machen, da nochmal Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ja, bitte verlinken Sie doch das Unternehmen damit, wer es ist. Herr Arna, noch fünf Minuten. Danke. Es gibt es gibt den, also ein Ranking-Kriterium ist EAT, da geht es um die Expertise, die weitergegeben wird und den Bekanntheitsgrad der publizierenden Person und die Glaubwürdigkeit und dementsprechend ist es gut, Artikel zu veröffentlichen von Personen, die sich wirklich mit einem Thema auskennen. Deswegen ist es hier zum Beispiel, es wäre sogar förderlich für die IHK Hannover, wenn hier der Name des Autos stehen würde, weil er ja für SEO bekannt ist und ein Fachmann und das würde, ja, das könnte dazu führen, dass die IHK-Haltung war dafür, dass er gesehen wird. wichtig ist, die, also die Diversität beim Linkaufbau zu bewahren, das ist zum Beispiel auch mal Gast in einem Podcast zu sein und zum Beispiel Links so mal in einem anderen Newsletter aufzutauchen, da kommen auch Links zustande oder Pressemeldungen zu erstellen, wie hier zum Beispiel zum Tuesday-Day-Vortrag bei der Pressebox, das ist, man kann auch kostenlose Pressemitteilungen erstellen und das sind Links, die Google in Ordnung findet, wo Google nicht sagt, ja, hallo, es wurde gespammt, also Google möchte ja den Usern bestmögliche Inhalte bieten. Dann gibt es noch SEO-Off-Bitch-Tools, das eine habe ich euch vorgestellt, SEOquake und der SEO-Diver kann auch einiges, zum Beispiel mit dem Link-Check lassen sich, dort könnt ihr euch, könnt ihr eine Website einfügen und euch alle gefundenen Backlinks anzeigen lassen in einer Excel-Tabelle und das ist kostenlos und das ist eine ganz tolle Sache, da steht sogar, ob der Link du follow oder no follow ist, ob Google dem Link folgt oder nicht, welcher Link-Text verwendet wurde, also Anker-Text bedeutet Link-Text und sogar, wo sich auf der Seite der Link befindet, denn wenn sich der Link zum Beispiel oben befindet, ist das zum Beispiel besser, weil er dann wahrscheinlich ja geklickt wird im Text. so sollte man Link-Building machen, man sollte auf gute Qualität achten, Sinnhaftigkeit, Unterstützung nutzen und dann steigt man auch für die Keywords, die einem selbst wichtig sind. Ich danke euch, dass ihr da teilgenommen habt. Ich bin heute leider ein bisschen erkältet, das ist schade, aber der Vorteil von so Online-Veranstaltungen ist, dass man niemanden anstecken kann. Ja, herzlichen Dank an Anna, Applaus bitte und ich weiss nicht, ob der Michael vielleicht noch eine Frage hat. Er steht gerade auf der Bühne. Ja, Michael? Bitte. Keine Frage. Also ich freue mich über Fragen. Das macht das ganz eigentlich am spannendsten. Da erfahren die anderen auch nochmal Sachen, die sie so vielleicht nicht erfahren würden. Die Doris hat eine Frage. Bitte. Doris, Mikrofon. Ja, super. So, jetzt habe ich Ton. Ja. Erstmal ganz herzlichen Dank, liebe Anna. Anna, der Vortrag war wirklich sehr informativ, hat mir wirklich auch einiges gebracht. Ich habe verschiedene Webseiten, aber auch mit sehr, sehr viel Inhalt. Ich scheue mich eigentlich auch davor, externe Links, also diese ganze Banner-Werbung und so, bei mir ist keine einzige Werbung drauf. Also ich habe zwar, weil ich Fachseiten auch mache, zur, äh, fachlich in, gute Inhalte auch die Links gesetzt, ähm, aber ich werde mich jetzt bemühen, ähm, noch weitere Verlegungen zu machen. Es ist aber natürlich schwierig, die Leute öfter darauf anzuschränken, ich will mich sagen, nicht auch verbetteln oder es, wie soll ich das, also, also es ist mir, mir fällt es wirklich schwer, auf andere zuzugehen, sagen, hier, guck mal, das ist eigentlich eine sehr interessante Seite. Ich habe sehr, sehr viel Content drauf, also, bei mir gibt es, im Video ist alles, alles da, ne, bloß mir, äh, fehlt eben das Ranking in der Webseite, ich werde eben noch nicht gefunden, es sind auch spezielle Themen, äh, deswegen wähle ich jetzt auch keine Millionenpublikum, weil ich hab, äh, ich spreche nur einen bestimmten Personenkreis an und, ähm, nun ist es eben so, was mir auch noch, also, wie gesagt, der Vortrag war top, meine Frage ist jetzt hier, bei den Destripschen, äh, sind die, äh, wichtig, in der welchen Reihenfolge, die dann auf der Webseite kommen, so, weil du kannst ja dann den Namen, die Beschreibung und, 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 die Keywords, was da alles so in den Heatern drin ist, oder spielt das bei, für Google gar keine Rolle und dann ist die Frage, ist das nur auf, Google bezogen, weil es gibt jetzt momentan auch sehr viel mehr, ähm, Suchmaschinen, ob das nun, ähm, ja, Yahoo, Bing und wie sie alle heißen, äh, oder, weil ich weiß auch, dass die alle auch unter, mit unterschiedlichen Krabbladern durchgehen, ne, und die ist, wenn man sich das anguckt, die Statistik, wer nun alles über die Webseite geht, sind ja doch extrem viele, die eben über diese, die ganzen Webseiten speitern, äh, und da sehe ich eigentlich auch noch eine Gefahr, also ich wäre auch nicht, dass jetzt hier zu viele Spämmer, es gibt ja so viel gegen den Seriösen, auch unseriöse Sachen, die da eben kommen, und eigentlich auch nur die Webseite, nur mit Last beschäftigen, also das soll ja auch nicht sein, ne? Ja, also ich versuche die Frage schnell zu beantworten, weil wir ja, glaube ich, keine Zeit mehr haben, also die Metadescription, das ist eigentlich das, was du zu jedem Artikel schreibst, und das, was auftaucht, wenn jemand deinen Artikel bei Google findet, in den Suchergebnissen, das sind dann diese zwei Sätze, die, also da kommt ja immer die Überschrift in einem Suchergebnis, und dann so zwei Sätze, das ist das, und deswegen gibt es da keine Reihenfolge, weil du machst das zu jedem Artikel einzeln, alle Artikel, die du auf deiner Website hast, du machst eine Description, so eine Metadescription, da schreibst du in zwei Sätzen ungefähr, in Stichworten, was ich da, warum man darauf klicken sollte, so ungefähr, und es ist eigentlich so, dass, also bei mir ist es so, ich werde gebeten, Gastbeiträge zu schreiben, weil jemand nach dieser Expertise sucht und sie halt nicht hat, aber sich freut, von der Expertise von jemand anders zu profitieren, und ich kann mir das auch bei dir vorstellen, ich weiß natürlich nicht, in welchem Bereich du tätig bist, aber, aber, du hast ja auch E-Mail-Kontakt mit anderen, du hast ja, schau in deinen Posteingang, mit wem hast du schon Kontakt, mit wem machst du was, und wo wäre von den Personen etwas möglich, dass man irgendwie noch intensiver zusammenarbeitet, oder dass man sich auch gegenseitig, also nicht gegenseitig, sondern, dass sie vielleicht auf dich verlinkt, oder dich mal interviewt, in ihrem Blog, oder eher, also, da gibt es verschiedene, es gibt auch Facebook-Gruppen, wo sich Gleichgesinnte vereinigen, zum Beispiel, in der Sport- und Fitness-Blogger, Sport- und Fitness-Blogger-Bereich, gibt es die Fiblo-Co, und, dort tauschen sich die Blogger aus, und manchmal stellen sie sich auch, also stellt sich auch jemand in einem anderen Blog vor, oder sind Gastbeiträge möglich, das kann ich dir empfehlen. Ja, Ton muss ich natürlich auch anschreiben, okay, danke, wollte ich bloß noch sagen, ne, wir können dann nachher noch mal draussen ein bisschen plaudern. Gerne. Okay, herzlichen Dank, und dann warten wir auf den Benjamin, für den nächsten Vortrag. Vielen Dank.